Wir müssen da, glaube ich, ein bisschen anfangen, mal vorsichtiger zu spielen. Ich bin zwar, ich bin zwar noch, ich bin ein bisschen arg auf Offensive, glaube ich gerade. Ey, aber es ist noch unfair, was soll ich denn jetzt hier machen? Da ist noch ein Dynamite, da ist noch ein Bow, kacke. Ich kann nirgends wohin. Geh weg, geh sterben. Noch den mitnehmen. Oh mein Gott. Das war Leben am Limit gerade. Und wir haben, nein, wir haben ihn nicht bekommen.